Freitag ist Tanztag bei RTL. Bereits seit Jahren versammeln sich begeisterte Fans und ganze Familien zum Start ins Wochenende vor dem Fernseher, um zu sehen, was die Promis und Profis bei Let's Dance auf das Tanzparkett legen. Dass man sich bei so feurigen Tänzen wie einer Samba oder Schalzer dabei gerne näher kommt, ist wohl nicht vermeidbar. Geht es nach Anna Nikiti und Erich Klan, ist in der TV-Show aber bald eine Grenze erreicht. So äußerten die beiden einstigen Let's Dance-Profis gerade schwere Sexismus-Vorwürfe gegen das beliebte Fernsehformat. Stein des Anstoßes war ein angedeuteter Kuss zwischen letztens Kandidat Simons Sachinhuber und Profipartnerin Patrice Habelusova, der Erich und Anna in ihrem Podcast zur Show ein empörtes Fazit ziehen lässt. So hätte das Tanzpaar mit seinem Wiener Walzer zwar eine wunderschöne romantische Nummer gehabt, gesteht Anna ein, aber natürlich wieder mal Anspülungen auf Kuss und irgendwelche Sachen, noch dazu, wo Patrice Habels Freund Alexandro auch im Studio saß. Punkt, dass die Jury so etwas als gefundenes Fressen aufgreift, entsetzt auch Annas Ehemann Erich Klan, mich regt sowas richtig stark auf, meint der einstige Let's Dance-Profi und gesteht, er wäre möglicherweise ausgerastet, wäre er an Alexandros Zelle gewesen. Muss das immer wieder sein? Sind sich die beiden einig, dass manche Jury-Kommentare schnell zu sehr in eine unangebrachte Richtung gehen? Punkt, so erinnert sich Anna, einmal sei ihr ähnliches passiert, als sie mit Bella Klanze getanzt und Joachim Lambe ihr gesagt habe, sie müsse ihn so knacken wie damals Erich. Auch Ochre habe daraufhin einen unpössenden Kommentar abgegeben, den Anna nicht mal mehr wiederholen wolle. Leute, ganz ehrlich, spinnt ihr? Was soll ich meinem Kind erklären? Fragt die Profitänzerin heute noch wütend, schließlich habe ihr und Erichs kleiner Sohn die Sendung schon damals ebenfalls fleißig vor dem heimischen Fernseher ver- Es ist genau die sexistische Art, die Anna und Erichsauer aufstößt und die manchmal, vor allem auch in unpassenden Konstellationen, wenn der Partner eines der Tanzpartner womöglich sogar daneben sitze, überhand nehme. Warum tut man das? Fragen die beiden in ihrem Podcast. Das Paar ist sich einig, wenn es so weitergehe, könne letztens bald in eine unschöne Richtung abdriften. Ich liebe diese Show bis Ende meines Lebens, aber wenn ihr das als Familienshow propagiert, könnt ihr sowas nicht weiter zulassen, so Onas knallharte Forderung. Ob Let's Dance in Zukunft vielleicht doch noch etwas züchtiger wird, darüber können sich die Zuschauer auch weiterhin jeden Freitag ein eigenes Bild machen, wenn die Show auf RTL läuft. Indes hatten Anna und Erich zuletzt in ihrem Podcast knallhart über das Tanzformat ausgepackt. Indes hatten Anna und Erich zuletzt in ihrem Podcast knallharte Forderung.